so weiter geht es mit unserer arbeit am flughafen heute und wir starten an einen neuen tag so vier flüge dürfen jetzt abarbeiten heute haben wir ein bisschen mehr zu tun italien paris pula und berlin das ist gut 17 17 30 das heißt wir kriegen es hin ja bitte nehmen wir das mal so wie wir das haben so was haben wir denn heute zu tun was auch immer die katze wieder treibt so fahrzeuge haben wir alles soweit wir müssen ja noch da bleiben der bus ist ja am arsch gut dann gehen wir mal rein in die ersten und ereignis vier flüge haben wir heute wir stellen den kollegen mal ein da ist irgendwo eine aufgabe aufgeploppt der erste flug geht schon kommt schon und wir geben mit dem bus was wir sitzen oder gemietet haben ja ich will das so dann fahren wir mal raus warum auch immer hier ist hinter den fahrzeugen lang fahren muss dass man nicht wir fahren jetzt zum flieger so so eine kleine flieger der einen links steht ja noch So, sieht zumindest danach aus, ist aber auch nach wie vor der gleiche Flieger, den wir beim letzten Mal hatten, wieder die Pupellermaschine. Okay, so, fangen wir, wo muss man stehen? So, da haben wir kurz die Passagiere ein. Ach so, da sind zwei Flüge, ankommt, ankommt und zweimal, dann Abflug, okay. Gut, der startet wieder durch um 18.30 Uhr, also okay. Nein, ich möchte die aber nicht kaufen, ich möchte die nicht. Ich mache jetzt gerne selber. So. Das war jetzt am Anfang noch relativ, das ist immer dasselbe, aber das wird ja dann immer mehr, umso höher, wie man mehr will steigen, umso höher, umso besser werden natürlich unsere Aufgaben, oder umso mehr wir haben unsere Aufgaben, damit wir größtenteils mehr fahren, oder irgendwann geht es dann in die Verwaltung, oh. Oh, wirke Mechaniker, ey. Wir haben nur einen Bus, das ist das Problem, sonst muss ich nochmal nachmieten. Wir sind jetzt schon gleich am Terminal. Zack, 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 der Bus ist abgeschlossen, sehr geil. Dann fangen wir jetzt tanken. Aber erstmal brauchen wir Spritz dafür. Hm, wir sind zu schnell, wir sind zu weit. So, einen Moment. Gut, dann fahren wir den jetzt zum Flieger. So. 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 Das Gepäck brauchen wir ja nicht diesmal. Da haben wir ja unseren Kollegen, der das ja sehr gerne übernimmt. So, hier rum müssen wir stehen, scheinbar so rum, okay. Das ist gut, dann kommen wir nämlich hier. Oh, das ist schnell. Jetzt ist ein Bremsweg der Wagen. So, tanken wir voll. Oh, das haben wir gerade anledigt, dann fahren wir den ein bisschen weg. So, das ist schon der nächste Flieger rein, das ist schon der zweite, das könnte ich mit mehr sehen. Noch nicht, oder? So. Gut. Boah, verrückt jetzt an. Eigentlich müsste man den zweiten Bus mal reparieren. Gut. Mechaniker läuft. So. Äh, was haben wir denn hier noch? Eine Aufgabe. Den Gepäckwagen, genau. Dann gucken wir mal drauf, was der hat. Der muss jetzt noch Gepäck, genau, alle leere Anhänger holen. Ganz im Flieger. Gepäck hat er. So, Teilaufgabe bereit. Nächste Aufgabe. Bus. So, dann machen wir jetzt gleich über den zweiten Flieger auch noch. Dann passere ich hier rein, dann. So, weiter geht's. Dann geht der raus, 18 Uhr irgendwas, glaub ich, wenn ich's richtig im Kopf hab. So. 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 Dann fahren wir hier ran. Das ruckelt grad ein bisschen. Passagiere ausladen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, dann haben wir, glaube ich, das abgearbeitet, oder? Können wir noch eine Aufgabe zu erledigen? Doch den Gepäckwagen müssen wir noch machen. Das ruckelt gerade extrem. Was ist der jetzt gerade? Ja, irgendwie wird er gerade nicht. Ah, der fließt gerade jetzt, super. Der ist fertig mit der Aufgabe. Eieiei, so lange ich so extrem ruckele, macht das gerade gar keinen Spaß zu spielen. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. So, auf der Seite ist erledigt. So, erledigt. Nee, so ist es gerade extrem schwierig. Hallo. Genau, falls ich betrachten. So, jetzt. Komm. So, haben wir noch eine Aufgabe? Fährt zur Aufgabe, ja. Gut, okay. Okay. Fährt zur Aufgabe, abgeschlossen. Und der Flug ist beendet. So, das haben wir als nächstes noch. Das war der, okay. Wunderbar. Kepäckwagen. Catering, kann ich Catering fahren eigentlich? Ne, ne? Ich muss immer mal Catering fahren zu holen. Okay, gut. Nächstes Ereignis. So, kaufen. 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 Kann ich die Kaufen selber machen? Kaufen. 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 Das ist so... Dann haben wir es glaube ich auch. So ist es... Perfekt. So. Gut. Haben wir doch alles abgearbeitet oder nicht? Personal. Der Mechaniker. Der soll mal den Bus kündigen. Fahrzeug auswählen. Okay. Jetzt macht er gerade. So. Ja. Jetzt hat er den Flug abgearbeitet oder nicht? Abgesagt. Und? Pech. Tag vor springen. Jo. Dann.